Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Lebensregeln. Nummer 16 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sei offen für Kritik. Sie kann dir helfen, besser zu werden. Aber lass dich von negativen Rückmeldungen nicht entmutigen. Sei offen für Kritik. Sie kann dir helfen, besser zu werden. Aber lass dich von negativen Rückmeldungen nicht entmutigen. Sei offen für Kritik. Sie kann dir helfen, besser zu werden. Aber lass dich von negativen Rückmeldungen nicht entmutigen. Pflege deine Hobbys und Leidenschaften. Sie bringen Freude und Ausgleich in dein Leben. Pflege deine Hobbys und Leidenschaften. Sie bringen Freude und Ausgleich in dein Leben. Sei geduldig mit Menschen, die andere Ansichten haben. Respektiere ihre Meinungen. Sei geduldig mit Menschen, die andere Ansichten haben. Respektiere ihre Meinungen. Sei geduldig mit Menschen, die andere Ansichten haben. Respektiere ihre Meinungen. Sei großzügig mit Lob und Anerkennung für die Leistungen und Anstrengungen anderer. Sei großzügig mit Lob und Anerkennung für die Leistungen und Anstrengungen anderer. Sei großzügig mit Lob und Anerkennung für die Leistungen und Anstrengungen anderer. Investiere Zeit in Selbstreflexion, um deine Ziele und Werte klar zu definieren. Investiere Zeit in Selbstreflexion, um deine Ziele und Werte klar zu definieren. Sei offen für die Liebe und für Beziehungen. Sie können eine Quelle großer Freude sein. Sei offen für die Liebe und für Beziehungen. Sie können eine Quelle großer Freude sein. Sei offen für die Liebe und für Beziehungen. Sie können eine Quelle großer Freude sein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. ... ... ... Vielen Dank.